Liebe Bürgerinnen und Bürger von Zeitz, am 25. Mai sind Kommunalwahlen. Die Freien Wähler werben um ihr Vertrauen. Viele Kandidaten werben um ihre Stimme. Die Freien Wähler Zeitz wollen wieder als starke Kraft in den Zeitzer Stadtrat einziehen. Vielleicht haben sie in den vergangenen Tagen unseren Wahlflyer in ihrem Briefkasten gefunden. Sie werden dort sehen, dass wir nicht nur mit Köpfen, sondern auch mit Text um ihr Vertrauen werben. Wir stehen für Konzepte, die wir bereits in der Vergangenheit beschlossen und umgesetzt haben. Und wir wollen auch weiterhin auf diesem Weg arbeiten. Bitte geben Sie den Kandidaten der Freien Wähler Zeitz ihr Vertrauen. Es werben 13 Kandidaten und eine Kandidatin um ihre Stimme. Vielen Dank. Die Freien Wähler Zeitz werden ihr Vertrauen in sinnvolle und konzeptreiche Stadtratspolitik umsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.